Gruß! Was geschah in Vyazma Anfang Oktober 1941? Für die Sowjets war es eine große Tragödie. Hauptsächlich waren es die Moskauer Milizen, die in den Kessel bei Vyazma gelangt sind. Es war eine der größten Kessel, die damals entstanden. Im Sommer und Herbst 1941 waren die deutschen Truppen den sowjetischen in der Anzahl mobiler Verbände absolut überlegen. Diese Überlegenheit nutzten sie, um mal für mal sowjetische Truppen einzukesseln. Diese Kessel führten dazu, dass ganze Armeen auf einmal vernichtet wurden. Im Falle des Kessels bei Vyazma ging es sogar um die gesamte Front, äquivalent der deutschen Heeresgruppe. Der Kessel bei Vyazma war auch wieder typisch. Dort wurden die Hauptkräfte der sowjetischen Westfront eingekesselt. Das sowjetische Kommando hatte angenommen, dass die Deutschen ihren Hauptschlag in Richtung Smolensk, Moskau, ausführen. Das wäre der kürzeste Weg. Es bot auch die besten Straßenverhältnisse. Eine gute Straße erlaubt natürlich eine bessere Versorgung der Truppen an der Front und eine bessere Bewegungsmöglichkeit für die mobile Infanterie. Die sogenannten Koffer, Lastwagen, die Treibstoff und Munition für die Panzertransportierten kamen viel besser den Panzertruppen nach. Das vorrangige Ziel bei der Planung der Bewegung einer Panzergruppe war die Sicherstellung einer Möglichkeit zur schnellen Fortbewegung und Versorgung. Dafür wurden spezielle sogenannte Panzerstraßen festgelegt. Diese Straßen sollten möglichst freigehalten werden für die Versorgung der Panzertruppe. Daher nahm das sowjetische Kommando an, dass die Deutschen die Straße Smolensk-Moskau nutzen werden. Diese Straße wurde von der stärksten sowjetischen Gruppierung verteidigt. Es war die 16. Armee von Generalleutnant Rokosowski. Diese Armee hatte die am besten ausgestatteten Divisionen. Weitere Stärke dieser Armee war, dass sie einen dünnen Frontabschnitt zu verteidigen hatte. Und der kommandierende Generalleutnant Rokosowski hatte bereits hohe Erfahrung in den Schlachten gesammelt. Doch plötzlich änderten hier die Deutschen ihre Taktik, sich immer entlang der großen Straßen zu bewegen. Diese Taktikänderung kam für die Sowjets unerwartet. Doch die deutsche Heeresgruppe Mitte bereitete den Sowjets noch eine Überraschung vor. Von der Heeresgruppe Nord, die bei Leningrad stand, wurde die Panzertruppe 4 unter dem Kommando von Höbner nach Moskau verlegt. Die Sowjets haben das nicht rechtzeitig aufgeklärt. Höbners Verbände traten sofort nach dem Eintreffen zum Kampf an. Zum Beispiel die 1. Panzerdivision ging sofort ins Gefecht, ohne auf das eigene Artillerie-Regiment zu warten. Sie hatten nur die Artillerie, die der Division zugeteilt wurde. Und die Artillerie der Infanteriedivision auf diesem Gebiet. Von der sowjetischen Seite stand die Westfront unter dem Kommando von General Konev. Die Reservefront stand unter dem Kommando von General Budioni. Im Bestand dieser Reservefront befanden sich die Einheiten der Milizen. Diese Reservefront hatte die folgende Lage. Auf der einen Seite verlief die Frontlinie teilweise in Berührung zu den Deutschen. Andererseits hatte sie die Westfront hinter sich. Faktisch waren die Westfront und die Reservefront in eine Angriffsrichtung ausgelegt. Aber sie befanden sich hintereinander. Die Reservefront befand sich leicht im Hinterland und sollte eine Katastrophe verhindern, falls die Deutschen die Verteidigungslinien der Westfront durchbrechen. Doch eine Katastrophe geschieht immer dann, wenn mehrere unglückliche Ereignisse aufeinander folgen. So war es auch diesmal. Den ersten Schlag führte die Panzergruppe von Guderian bei Brjansk aus. Die Brjansker Front wurde am 30. September angegriffen. Somit läutete Guderian den Beginn des Unternehmens Taifun ein. Guderian fing sogar etwas früher an, was es ihm erlaubte, die Flugzeugverbände der Heeresgruppe Mitte optimal zu nutzen. Die sowjetische Front bei Brjansk bricht zusammen. Jedoch lief beim Guderian auch nicht alles glatt. Von seinen drei motorisierten Armeekurs blieb eins am ersten Tag hängen. Aber er ist durchgebrochen. Was macht in dieser Situation das sowjetische Kommando? Sie brauchen dringend Reserven, um den Durchbruch aufzuhalten. Diese Reserve wird aus der Reservefront entnommen, die den Rücken der Westfront absichern sollte. Denn es war logisch, von der am wenigsten gefährdeten Richtung Truppen abzuziehen. Es wird die 49. Armee, die die Straße Richtung Stadt Beli absicherte, abgezogen. Um die Westfront in Richtung Brjansk von General Jirominko zu retten. Die sowjetische Aufklärung hat die herannahende deutsche Division nicht entdeckt. Und für diese wird die Tür einfach geöffnet. Zudem, um die von der 49. Armee verlassenen Positionen abzudecken, werden die bereits in errichteten Verteidigungsstellungen sitzenden Verbände auf die entstehende Lücke verteilt und fangen an, neue Positionen anzulegen. Doch die 49. Armee kommt bei Brjansk niemals an. Sie muss den Kampf bei Kaluga aufnehmen. Die deutsche Aufklärung hat die Verlegung der 49. Armee ebenfalls nicht aufgedeckt. Die Sowjets rechneten damit, dass die Deutschen in Richtung Beli mit maximal einer Panzerdivision zuschlagen werden. In der Realität schlugen die Deutschen dort mit drei motorisierten Armeekorps zu. Also mit viel größeren Kräften. Die Umgruppierungen, die die Sowjets im letzten Moment durchführten, haben die Deutschen gesehen. Doch sie dachten, dass sie es schaffen, diese Verteidigung durchzubrechen. Wie die Praxis später zeigte, hatten sie auch recht damit. Würden die Deutschen weiterhin auf der Panzerstraße angreifen, wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. Doch hier brach die Verteidigung komplett zusammen. Obwohl an der Durchbruchstelle keine asphaltierten, guten Straßen gab, sondern nur unbefestigte Wege. Doch es gab ein paar Tage gutes Wetter und über diesen unbefestigten Straßen konnte diese große Masse an Technik durchgedrückt werden. So kamen die deutschen Divisionen erst bei Wersmer wieder auf die Panzerstraße. Die Sowjets haben die Panzerstraße an vielen Stellen einfach gesprengt. So mussten die deutschen Truppen eine ganze Division abstellen, die die Panzerstraße reparierten. Aber der Hauptschlag wurde über die unbefestigten Straßen durchgeführt. Besonders schlechte Straßen waren bei Spazdimensk. Das verlangsamte die deutsche Offensive etwas. Aber die Verzögerung wurde dadurch wieder aufgehoben, dass hier die sowjetische Verteidigung sehr viel schwächer war. Dadurch, dass die Initiative auf der deutschen Seite war, konnten sie sich einige Freiheiten erlauben. Zum Beispiel haben sie auf eingenommenem Gebiet zur Rückendeckung eine Straßenbaudivision hinterlassen. Die Sowjets haben solche Tricks 1944-45 ebenfalls durchgeführt. Es war zwar ein gewisses Risiko dabei, doch es war begründet. Denn so konnte man Kampftruppen freistellen und diese für einen konzentrierten Angriff einsetzen. Das geht aber nur, wenn man die Initiative hat. Die Angriffe können dort geführt werden, wo der Verteidiger sehr am wenigsten erwartet. Für die Vorbereitung der Verteidigung hatten die Sowjets ca. zwei Wochen Zeit gehabt. Die Deutschen hatten zwar etwas zu tun damit, jedoch wurde die Verteidigung südlich und nördlich der Hauptstraße durchbrochen. In diesem Durchbruch haben die Deutschen sofort zwei Panzergruppen eingeführt. Diese beginnen ihre Bewegung in Richtung Versima. Dabei hat die Panzergruppe nördlich der Hauptstraße eine Lücke in der Verteidigung der Sowjets. Diese Lücke passieren die sehr schnell. Für die Abwehr dieser Panzergruppe haben die Sowjets eine Gegenschlaggruppe von General Boldin zusammengestellt. General Boldin hatte bereits im Juni 1941 schon eine zusammengestellte Gegenschlaggruppe in einen Gegenschlag bei Grodno geführt. Bei Versima hatte Boldin ebenfalls versucht die Deutschen mit einem Gegenschlag aufzuhalten. Mit einer zusammengestellten Gruppe. Doch die Überlegenheit war diesmal auf der deutschen Seite. Die deutsche Gruppierung, die der Boden angegriffen hatte, war im zahlenmäßig überlegen. Noch dazu kam, dass die Deutschen die Lufthoheit besaßen. Hier agierte das deutsche 8. Fliegerchor, das speziell auf die Bekämpfung der Bodenziele spezialisiert war. Es konnte mit gleicher Effektivität die Flugfelder im feindlichen Hinterland und gegnerische Einheiten direkt auf dem Schlachtfeld bekämpfen. Es stand unter dem Kommando von Generalfeldmarschall Wolfram Freiherr von Richthofen. Aus der Erfahrung des Spanischen Bürgerkrieges heraus wurde dieser Verband auf die Bekämpfung der Bodenziele und die Unterstützung im Bodenkampf der eigenen Truppen ausgelegt. Die anderen Fliegerchors hatten keine enge Spezialisierung. Aber das 8. Fliegerchor hatte vorher die Verteidigung der Novgorod- und Luska-Grenze durchbrochen. Und vor Beginn der Offensive auf Moskau wird es auf die Angriffsrichtung Stadt Bely verlegt. Hier wird es gegen die Gruppe von Boldin eingesetzt. Die Gruppe von Boldin enthielt eine Schützendivision, die sich zu Fuß fortbewegte. Sie enthielt also zwei Panzerbrigaden. Für diese zwei Panzerbrigaden gab es nur 10 Panzer KW und 10 Panzer T-34. Der Rest waren nur leichte Panzer. Und trotzdem sprechen die deutschen Quellen von einer entbrannten, harten Panzerschlacht mit russischen Panzerdivisionen. Den Gegenangriff der Gruppe von Boldin konnten die Deutschen abwehren. Nicht zuletzt dank der zahlenmäßigen Überlegenheit in Bezug auf motorisierte Infanterie. Diese musste zwar mit LKWs transportiert werden, konnte aber so den Panzern folgen und sie bei der Abwehr sowjetischer Panzerangriffe tatkräftig unterstützen. Aber das 8. Fliegerkorps spielte da auch eine wichtige Rolle. Danach hatten die deutschen Divisionen freie Fahrt und kamen bis nach Versma, wo sich die beiden Panzergruppen trafen und so die sowjetischen Truppen einkesselten. Die Panzergruppe 3, die im Süden auf der Straße Richtung Bely agierte, hatte in ihrem Bestand die von Leningrad abgezogenen Divisionen. Die Deutschen vermischten gezielt ihre Leitstrukturen, damit ihre Pläne nicht aufliegen und so blieb ein Teil des Stabes der Panzergruppe 4 noch eine Zeit lang bei Leningrad und gab Befehle weiter mit der Absicht, diese abfangen zu lassen von der sowjetischen Seite und den Abzug der Truppen zu verschleiern. Es war ein sogenanntes Funkspiel. Um so ein Funkspiel aufzudecken, hätten die Sowjets Aufklärungsmethoden anwenden müssen, die erst 1943, 1944 entwickelt und angewandt wurden. Das gleiche betrifft auch die Luftaufklärung der Sowjets, die 1941 noch in den Kinderschuhen steckte. Das, um die Frage zu beantworten, ob die Katastrophe bei Versma von den Sowjets hätte vermieden werden können. Die Antwort ist eindeutig nein. Die sowjetische Aufklärung war 1941 physisch noch nicht in der Lage, das tun zu können. Aber sogar bei sehr entwickelter Funk- und Luftaufklärung war man nicht immer in der Lage, neu eintreffende Truppen der Gegner aufzuklären. Oder wenn man zum Beispiel den Frühling 1944 nimmt, da kam aus Frankreich ein Panzerkorps der SS an die Ostfront. Sein Auftreten bei Lemberg wurde nur aufgeklärt, als dieser in Angriff übergegangen ist. Als die ersten Soldaten dieses Kors gefangen genommen wurden und vernommen wurden. Daher ist das Entdecken eines neu dazugekommenen Verbandes sehr schwierig bis fast unmöglich. So war die Katastrophe bei Versma für die Sowjets praktisch unausweichlich. Die sowjetische Reservefront konnte zwar ihre Positionen halten, aber die Deutschen verwendeten ihre Truppen sehr gut überlegt. Sie setzten zwei frische Panzerdivisionen ein, die zweite und die fünfte Panzerdivision, die bis dahin beide in Reserve waren. Sie wurden erst mit der Operation Taifun bei dem Schlag auf Moskau eingesetzt. So wurden diese zwei frische Panzerdivisionen ins Gefecht geworfen. Sie hatten kein freies Fenster, sowie die in Richtung der Stadt Beli angreifenden Truppen und mussten sich durch die sowjetische Verteidigung durchkämpfen. Ihnen widerstand unter anderem eine Milizendivision. So ein Verband konnte es natürlich nicht mit der zweiten Panzerdivision der Wehrmacht aufnehmen, die bereits in Frankreich viel Kampferfahrung gesammelt hatten. Die Kräfte waren hier einfach ungleich. Hinzu kam die Tatsache, dass die Reservefront der Sowjets einen längeren Frontabschnitt halten musste, als es nach Vorschriften erlaubt war. Von daher, als auf die sowjetische 17. Division, die einen Frontabschnitt von 20 Kilometer halten musste, große deutsche Panzerkräfte losgingen, konnte sie sich nicht lange halten, denn diese Division war auch nicht mit Panzerabwehrmitteln übersät. Die Sowjets nutzten zwar auch die Flugabwehrkanonen zu Panzerabwehr, doch das geschah eher aus Not, denn ein Flakgeschütz ist natürlich groß und schwer zum Tarnen. Beziehungsweise ist es gut aus seinem Panzer auf hohe Distanz sichtbar. Das Problem war, dass die sowjetische Standard-Panzerabwehrkanone, 45 mm, die neueste deutsche Panzerung mit der Dicke von 50 mm, nicht durchschlagen konnte. Nur aus einer Entfernung von 50 Metern konnte die Kanone vielleicht einen Durchschlag erzielen. Einer der Gründe war, dass die Sowjets stumpfnasige, panzerbrechende Geschosse produziert haben, die beim Beschuss von schräger Panzerung durch die sogenannte Normalisierung den Winkel des Durchschlages verkleinerten und einen Abpraller verhindern sollten. Das war die sogenannte Normalisierung. Das funktionierte bei der Schlacht am Chalchengol gegen die japanischen Panzer 1939 sehr gut. Ebenfalls ging das bei leichteren deutschen Panzern. Doch als die neueren deutschen Panzer gegen die 45 mm Pack antraten, waren solche Granaten nutzlos. Das war der Fall bei der ersten Panzerdivision der Wehrmacht. Diese bewegte sich in Richtung der Stadt Bedley. Sie schloss den Kessel vom Norden aus. Diese Division war mit den neuesten Panzern ausgestattet. Die 45 mm Kanonen konnten gegen diese Panzer nichts ausrichten. Nur die Flakkanonen konnten hier was machen. Doch diese waren natürlich sehr groß und schwer zum Tarnen. Noch dazu hatte ausgerechnet die Reservefront die wenigsten Flakkanonen. Die Armee von Rokosowski hatte 56 Flaks, die auf der Straße gegen Panzer gerichtet wurden. Würden die Deutschen entlang der Straße angreifen, hätten sie viele Panzer verloren. Aber sie griffen südlich und nördlich der Straße an, was zum Durchbruch der Verteidigung führte. Im Jahre 1943 hatten die Sowjets Panzerarmeen, die in einem solchen Verteidigungsdurchbruch geworfen werden konnten, um eine Katastrophe zu verhindern. Im Jahre 1942 hatten die Sowjets Panzerkors, mit denen man solche Löcher hätte stopfen können. Aber 1941 gab es solche Verbände nicht, die für solche Zwecke gedacht waren. Die deutsche Luftwaffe flog ständig Angriffe auf die sowjetischen Stäbe, unter anderem. Doch man kann nicht sagen, dass die Sowjets die Kontrolle über die Truppen verloren hätten. Nachdem die Deutschen die Gruppe von Boldin zurückgeschlagen haben, schlossen sie den Kessel um Vesma. Das sowjetische Kommando konnte hier nur hilflos zuschauen und bereits am 7. Oktober wird um die Hauptkräfte der Westfront und um Teile der Reservefront ein Kessel geschlossen. Die Sowjets versuchen organisiert, aus dem Kessel auszubrechen. Dabei hat sich besonders ausgezeichnet der Kommandierende der 19. Armee, Generalleutnant Lukin und auch General Yershakov, der später in der Gefangenschaft starb. Die Truppen unter seiner Führung haben die hartnäckigsten Ausbruchversuche unternommen. Sie versuchten Richtung Osten rauszukommen und stießen dabei auf deutsche Eliteverbände. Es waren Panzerverbände, die durch diese Ausbruchsversuche festgehalten wurden und zusätzliche Verluste erlitten. Die Verluste dieser Verbände waren natürlich schmerzhafter für die deutsche Seite. Hierbei konnten die Sowjets aber nur leichte Artillerie einsetzen. Die schwere Artillerie musste von Landwirtschaftsmaschinen und Traktoren gezogen werden. Diese waren entsprechend langsam. Trotzdem wurden die besten deutschen Panzerdivisionen durch diese Ausbruchsversuche eine ganze Woche lang festgehalten. So bewegte sich nur ein komplettes Chor und ein Chor mit einem halben Bestand in Richtung Moskau. Das gab den Sowjets die Möglichkeit, die Verteidigung auf der sogenannten Moschaiska-Verteidigungslinie auszubauen. Diese Linie wurde seit dem Sommer gebaut und es war geplant, sie mit 25 Divisionen zu besetzen. Doch tatsächlich saßen dort nur drei Divisionen auf der Moskauer Richtung und eine Division bei Kaluga. Jeder Tag der Verzögerung brachte den Sowjets mehr Zeit, diese Verteidigung noch etwas zu verbessern. Aber es gab auch Versuche seitens der Sowjets die Eingeschlossenen aus dem Kessel zu befreien. Es gab eine ganze Operation, für die man zwei frische Panzerbrigaden eingesetzt hatte. Dazu gab es noch einen Panzerzug und ein Infanterieregiment. Jedoch hatten die Deutschen das Vorausgesehen. Sie schickten die Division SS Das Reich unter dem Kommando von Paul Hauser in einem Kreismanöver, um die Minsker Straße abzuschneiden. Diese Division versperrte der operativen Gruppe der Sowjets den Zugang zum Kessel. Ohne die Einmischung von der Division SS Das Reich hatte die operative Gruppe recht gute Erfolgsaussichten. In dem Kessel liefen die Gefechte noch circa eine Woche lang. Die Deutschen zogen den Kessel immer enger. Viele der Eingeschlossenen im Kessel verstreuten sich über die Wälder. Sie wurden im nächsten Jahr 1942 von dem Chor von Belov, der die offensive Richtung Vesma führte, dann in den Wäldern entdeckt und aufgesammelt. Sie schafften es in den Wäldern zu überleben. Ein Teil der Eingekesselten schaffte es über verschiedene Pfäde aus dem Kessel heraus. Es sind also nicht alle im Kessel gefallen. Auf der deutschen Seite kann man über die Verluste, die bei der Kesselschlacht entstanden sind, zum Beispiel in den Berichten der 7. Panzerdivision nachlesen. Diese trat jedoch erst nach dem Oktober 1941 dazu. Insgesamt gilt es, dass in den Kesseln bei Vesma und Bransk zusammen circa 688.000 sowjetische Soldaten in die Gefangenschaft geraten sind. Circa 85.000 schaffen es wieder aus dem Kessel raus. Das Ergebnis des Kessels bei Vesma war der Zusammenbruch der Front. Also musste die gesamte Verteidigung bei den Zugängen zu Moskau neu aufgebaut werden. Dies geschah mittels neuer Reserven. Sie wurden von allen anderen Frontabschnitten abgezogen. Einen großen Teil der Truppen nahmen die Sowjets von der geplanten Offensive auf Luban zur Deblockade von Leningrad. Moskau hatte Priorität. Ein Teil kam aus der Mongolei. Die gesamte Operation zur Bildung neuer Reserven leitete Boris Schaposchnikow. Solange diese Truppen unterwegs waren, mussten die Sowjets die Deutschen aufhalten. Dabei helfen natürlich auch diese Ausbruchversuche aus dem Kessel sehr stark. Würden zum Beispiel die Truppen in dem Kessel kapitulieren, würde das Ganze wahrscheinlich anders aussehen.